also auch da ja genau das dinge kann weg das anbringen ist ein bisschen doof aber teilweise schiff drücken muss sobald man schiff drückt fliegt man runter aber das krimischen hin aber ich glaube ich hier abkürzen da hat er das ding dürfte jetzt also auch wieder laufen sehr gut den anschluss nach hier unten mache ich erst mal nicht es ist mir irgendwie zu doof noch haben wir genug energie im system ist alles gut wenn es da irgendwann mal zu stromknappheit kommen sollte kann ich ja jederzeit einfach hier ein kabel runterziehen und dann beim funktioniert das aber das ist definitiv ein punkt also ich hier irgendwo wo der access terminal ding ist mit der controller hier dahinter muss ein tesserakt weil wir werden selbst mit den tollen gold roten kabeln hier irgendwann nicht genug energie transportieren können um das system zu befüttern da muss ein tesserakt dran oder was noch größeres wenn es das inzwischen gibt dann müsste ich mal gucken und ich sehe eine ecke ja das muss sein immer zwischendurch ecken bauen auch wenn ich sagen muss das sind jetzt schon gut vormann also diese zwischenebenen dass wir es schon öfters stellen haben wo wir dann einfach mal nicht hin und her fliegen müssen so wie hier sieht richtig professionell aus warte mal wir haben noch strom also wir haben hier ja einen zwischending und dann bräuchten wir eigentlich hier drei felder frei 123 und da ist die außenmauer so also die würfel um den würfel geschichte gehe ich gerade im kopf durch und dann ich war wirklich strom ja dann drei nach unten 123 und dann kommt hier die der untere rahmen um das ganze ding und das können wir komplett einmal durchziehen also erst mal muss ich eine fackel hinsetzen sonst baut er gleich wieder irgendwas und stöhnen 20 folgen lang rum weil es töten will was ja auch verständlich ist nachvollziehbar und so so und hier unten könnten wir eine riesige plattform machen die den kompletten dreimal drei plattformen bereich einschließt also warte mal wie kritik karte auf x da sieht man jetzt kann ich hin und her zeigen das doof aber ja die drei mal drei plattformen kriegen unten drunter eine komplette riesige plattformen und die wird dann eingeschnitten da wo die zugangsgänge sind das aber später und dieses komische ding da das kann jetzt weg das brauchen wir nicht mehr das brauchen wir ab und an sachen drauf und stehen rum und spinnen und was weiß ich das kann weg 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 jetzt haben wir auch jetpacks die auch damals schon haben können aber darauf gehe ich jetzt nicht wieder ein sie damals doof aus noch weg du noch weg und fertig hoch alles gut sehr schön jetpack aufladen zeug ins me system schmeißen und eventuell jetzt doch schon den zweiten jetpack bauen denn wie in den kommentaren schon geschrieben wurde ich werde garantiert mindestens einmal so sterben indem ich springe oder gleiten will und dann macht einfach nur flop und ich bin weg kannst rein du kannst rein probleme im jetpack waren die ganzen subkomponenten die dinge hier wir brauchen zwei hiervon da geht schon los ja nämlich kein schwefel ok schwefel ist kein problem genau dafür haben wir hier mit pink in den dritten aufgestuft dafür dass wenn wir welche ressourcen brauchen die es im netter leicht zu holen gibt wir einfach ein springen können wobbel 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 so bist du machst irgendwas tolles ich habe kein overlay was er macht ich glaube ich habe irgendeine taste die ich nicht hätte drücken sollen ich wäre einfach mal die andere taste und kleide ganz langsam runter ding ich habe ein big band geht und zwar ein big man des todes mit zig milliarden attributen die ich nicht sehen konnte war ich mich mal weiter vor mehr schwefel also da hinten macht nichts irgendjemand grunst sagt die schon mal ein alles cool alles cool ich sehe auf dem radar auch nur zwei pigment sollte jetzt reichen okay raus 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 darin und ich glaube das hatte ich vor kurzem schon mal gemacht das heißt eigentlich hätte ich gar nicht in niedriger musste ich jetzt einfach nur spinne das heißt ich hätte einfach nur ins system gucken müssen aber okay runter jetzt wirklich aufladen warte werden das ding abgebaut zum aufladen ja okay das kommt dann mal hier ran und wird richtig schnell aufgeladen sehr gut du da aber das kabel kommt nicht hinterher mit dem ding und das nicht mit das beste jetpack wir könnten auch gleich versuchen das beste jetpack zu bauen aber da gehen wieder in perlen drauf das wäre nicht so schön das reicht mir auch schon das hält ist dann wieder anderthalb folgen oder so da wir hätten jetzt gerne die restlichen blöcke davon und dann gucken wir wie wir das am besten zackstückeln um am meisten schwefel rauszubekommen wobei ich mir ziemlich sicher bin dass es der pulverizer ist 24 schwefel das ist auch die einzige möglichkeit okay pulverizer abgesaugt wird ist der da da war gerade nur 16 sand drin ist irgendwie nicht so viel sind ganz schön langsam jungs kann ich pulverizer irgendwie aufstufen also es gibt keine upgrade module wie es bei den eu maschinen gibt da gibt es ja diese overclocker die gibt es hier glaube ich nicht ganz viel schwefel sehr gut das müsste für ein jetpack reichen da wir brauchen jetzt harden flux kompensator da da brauchen wir jetzt die da 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 so nächste stufe wird dass da resonant flux kompensator da bräuchten wir in dirium für da brauchen wir in dirium blend resonant ender wir haben jetzt noch nicht 21 das wird nix okay das heißt wir bauen noch eins von den gelben jetpacks auch wenn es eine verschwendung ist weil ihnen später herum liegen werden die können wir nicht zersiebeln aber was soll's jetpack da bitte bau einmal das ding da okay bau kashan bau vier von den bronzer gears so und dann brauchst du bitte davon noch sechs stück in welcher 1 2 jetzt geht's ok da oben fehlt wieder was ach die dinge habe ich schon du brauchst du da du so keine conduit so gib mir conduit conduit ein davon rest kann weg du da also iron chest plate ok ein chest plate inzwischen haben wir wieder eisen du du da du da ne andersrum redstone jetpack unser back up backpack da drauf okay das hätten wir also wir haben wieder strom drin das ist gut wie wir gerade an den enderperlen mal wieder gesehen haben wir müssen uns um das ding hier kümmern ich vergesse darin ding zu setzen hallo wo ich kann mein schwert hier mal aufstufen ist ja noch nicht wer erst genug die rin fast das ist ein dover dover modifier in fast für ein schwert dass man ihn nicht so häufig und es wurde angemerkt brauchst doch gar nicht viel stück davon muss kann gut sein aber ich habe den verdacht wenn ich nur ein hinbau dann werden die dinge schneller sporen als das ding töten kann weil ein grinder braucht immer so ich glaube 10 15 sekunden bis er eine aktion eine aktion durchführt und das ist ein bisschen doof also import was hinten ran blab 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 brauche noch fluid importer und was noch strom zugang genau das heißt strom zugange mein wegen unten fluid importer an der seite da ist ja schon alles vorbereitet sehr gut fluid importer fluid importer das sind mir zu viel creeper und essen toastbrot während herunter schwebst nom 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 oh ich sehe da hinten wieder ein schleim ding ins und ja ich lasse mich ablenken ich weiß aber ich will kurz gucken warum arbeitest du jetzt nicht ich würde ich ausgeschaltet haben man hat keine energie mehr warum work nix idle sheer leaves snow ach du arbeitest ok noch hier mal alles weg ich will ja diese schleimdinger stehen haben die vier die wir im system zumindest drin haben setzt keine schleim setzlinge komisch komisch ok weiter arbeiten und da soll ein grinder reichen janni ist es richtig alle 15 sekunden ein gegner umbringen ok strom verbinden strom verbindung zack machen wir einfach einmal im kreis hier drum rum wir brauchen schon mehr kabel so kabel alle also was brauchen wir brauchen mehr kabel was musst du da unten oh nicht angucken wir brauchen mehr kabel wir brauchen richtig viele strom kabel da können wir auch schon einmal rum legen der turm wird richtig abgefahren aussehen das ist übrigens auch eine sehr schöne stelle für den tesserakt dann würden wir einfach hier in eine ecke einen tesserakt stellen und dann kriegt der strom wir müssen nicht kabel hier ganz den turm runter legen und die kabel sind auch alle also gut wärst du mal so freundlich schneller zu arbeiten was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht du hast keine flüssigkeit drin du hast volle energie du bist eidel die kiste voll nö das war doch aus ah ok jetzt arbeitet er ich hätte nicht gedacht dass er so viel strom frisst aber das kabel kommt nicht hinterher ja jetzt war keine bäume da sind wie schaut sich das mit dem lava fluss jetzt aus ein kilo bucket ok wie viel ist es genau ein kilo bucket das ist keine sehr genaue angabe äh hier da können wir auch nicht sehen hm ok 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 ok